Sprechen wir Sie jetzt, Frau Weber? Ich möchte sagen, dass es echt super ist beim Stadtfilter. Das Team ist total toll und Musik natürlich auch total toll. Ich habe meine Zeit da mega genossen und kann den Job nur jeder und jedem nur wärmstens weiter empfehlen. Ein bisschen überzeugter. Denn es gehört zum Schönsten auf der Welt, für die motivierten Medienprofis Geld aufzustellen. Ist das nicht ein bisschen blöd hier? Entschuldigung, ich weiss nicht, was mich geritten hat, den erstklassigen Betriebsverlag. Ich würde es auf jeden Fall noch bereuen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler, sondern bewerben Sie sich jetzt auf die ausgeschriebene Stelle als Fundraising. Jetzt, ja? Ja, jetzt. Da steht noch was. Ja, genau. Auch Sie können beim Stadtfilter Ihre Erfüllung finden. Kann ich jetzt gehen? Ja. 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 Vielen Dank.